Musik 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 So, ein Baum stammt Okay, ich komm Ich, ich, ich hab keine Ausdauer mehr Wo bist du? Ja, okay, okay, okay Ah Ah Haha So, pack, mitnehmen, direkt mitnehmen Okay, da kommt noch einer Ich mag den nicht Hör, geh weg, geh weg Hau ab, hau ab, ich hab dir Zähne ausgeschlagen Und ich schlag dir noch viel mehr aus, du Hahaha, hier, machst du komisch Ich schlag dich tot Und die kann man zur Not ja auch essen, ne Das Fleisch kann man trocknen Man kann aber auch, äh Verbrennen Dann haben wir Knochen, ne Und daraus kann man auch eine Rüstung bauen Ja Äh, der hat einen Arm verloren Und ich krieg den gerade nicht ab, den anderen Typ Ah, jetzt Ach, soll der ins Feuer, oder was? Ja, eigentlich müssten die Ach, jetzt Der brennt Ach, wie geht's denn, ne? Jus Das will nicht so ganz, aber jetzt Aber der brennt nicht Na, das ist noch ein bisschen, äh, tricky Ja, das macht ja nix Ja, das macht ja nix, wir können ihn ja auch zerteilen und dann irgendwas anderes Schönes Ja, hier liegt noch ein Fleisch rum Komm Ach Geh doch von meiner Schulter runter Na, der will nicht Okay, dann verzeihen wir den Dann geht's nicht anders Oh nein Oh, das ist echt Hast du das Feuer kaputt gemacht? Ja, ja, aber wir haben noch eins Mach mal direkt an Ja, egal Ein kleines, aber hauptsache, wir haben ein Feuer Kann man da mal probieren, ob wir die So Ja, ich glaub, da kann man die eigentlich ganz gut reinlegen und das kleine Feuer, oder? Ja, ich glaub auch Ich kann den nicht nehmen Jetzt hab ich den Mal gucken, wie ich den hier rein Boah, guck, guck Perfekt So, hier sind noch Beine Arme und Okay, wir können schon essen Was können wir essen? Ich genehmige mir mal hier, was hier liegt Oh Gott Ist zwar kein gutes Fleisch, aber Hä? Wie esse ich denn das? Da müsste so ein Mund im Muldern stehen Oh, die Möwe holte ich mir Aber das ist vielleicht noch gar nicht gut Möf, 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 möf Hä? Hä? Ach, jetzt Hallo 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 Ach, hallo, guten Tag Wer sind sie denn? Die kleine Möwe Oh, ist die süß Oh, ist die süß So, da lagen noch Baumstämme Ach ja Ich glaub den ersten Angriff haben wir Ich hab auch grad Fleisch da noch hingehangen Ich hab auch eine Möwe gekillt Ich hab auch eine Möwe gekillt Das gut an den trockengestellen müssen wir ja auch Da können wir eigentlich auch noch ein drittes bauen und dann haben wir auch genug Fleisch, ne? So ein dicker Baumstamm noch Dann haben wir da große Lagerfeuer wieder Und ich sammle hier kleine Du kannst eigentlich alles haben Du kannst auch noch mal fällen Aber kleine brauchen wir auch noch, ja Ja, ich würd gern noch so ein ähm Gestell da bauen Zum trocknen Ich mach auch mal ein paar kleine sammeln, weil Das Feuer braucht noch ein paar Oh cool, wenn der Sturm kommt, wie die Bäume sich auch bewegen, ne? Nicht cool Bisher eine echt gute Umsetzung für VR Muss man sagen Ja, das ist total gut Und vor allen Dingen zu zweit oder dann mit noch mehr Leuten und die VR, das macht ja total Spaß Maximal acht Leute kann man ja, glaub ich, machen Okay Ich hab jetzt genug Man kann auch später so Schlitten bauen Dann kann man auch ein bisschen mehr sammeln, ne? Mhm So Baumstamm-Schlitten und so Oh Das hab ich nicht voll Okay, großes steht schon Was könnten wir denn noch bauen hier? Du wolltest noch ein trockengestell? Ja, ne? Ja, das baue ich hier hinten hin Ich kann es auch schon mal hinstellen, wenn du willst Nö, warte Ich mach schon Das stelle ich hier daneben Den Garten können wir uns auch noch anlegen Ja Wo setzt man den Garten denn hier? In den Baumstamm? Oh, jetzt fehlt wieder eins Kannst du noch den restlichen Holzdings da an das Gestell machen? Ja Wurde auch mal schlecht, ja Oh, was kann ich denn trinken? Ich hab hier noch die Cola Hier kommt immer eine Möwe nach Der Kampf mit der Möwe Ja, gut, ein fairer Kampf war das nicht Die ist ja einfach In meine Richtung gestürzt und hab ich sie erschlagen Ich glaub, die wollte das Die wollte, die wollte zu dir So Wo haben wir noch Baumstämme? Da ist noch einer Da, ja Ich kann das hier nicht hin Jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Garten dann fertig Boah, ich bewege mich die ganze Zeit im Raum Da ist echt Alles so freiläufig hier Freitläufig So, unser Garten ist fertig Jetzt bräuchten wir nur Samen Ich weiß gar nicht, ob wir noch Samen haben Ne, ich hab keine, aber ist ja egal Oh, da ist noch eine Möwe Ah, noch eine Ah, die kommen Stimmt, die kommen, wenn man hier so Köpfe hinlegt Dann kommen die Achso, weil die fressen selber ihre eigenen Köpfe Genau Ahja, gut Dann ist das hier unser Möwen-Unlockplatz Also hier Essen und Fleisch, das ist ja ganz gut, aber wir brauchen auch Ich muss jetzt auch gleich mal was essen Essen und was trinken Ich hab glaube ich noch Dosen Ja, von der Dose habe ich auch was getrunken Wenn die leer sind Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann komm mal her Guck mal, siehst du mein Feuer? Oh, du bist ganz weit, ja Oh, das ist noch ein Re Ja, dann Komm, 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 komm Hier an meiner Stelle sind noch Koffer Okay Okay Ich mach noch kurzer Dreh hier fertig Und Jetzt habe ich auch wieder hier einen Rehkopf So, und dann komm ich zu dir Oh, du bist aber weit weg So weit ist das doch gar nicht Ich muss noch schnell was essen Erstmal trinken Ach, weg damit Warte, sonst gehe ich nämlich gleich kaputt Nehmen Und benutzen Ja, ich bin wieder voll Ah, jetzt wird's langsam glaube ich wieder hell, ne? Hier sind zwei Hasis, aber die sind so schnell Kriege ich nicht Aus Hasenfell kannst du ja nachher so Bären-Dingern sammeln, ne? So eine kleine Tasche dir bauen Ah, okay Und dann kann man da mit Bären sammeln gehen Ah, aber meine Bären-Tasche, die ran gerade weg Ist echt schade, dass das Basislager nicht angezeigt wird Weil wenn man hier echt weit weg läuft, wird's echt schwierig, das wiederzufinden, ne? Oh, jetzt hab ich dich zerstört Ich seh dich auch gar nicht mehr Da ist noch ein Hase Ne, ich bin weggerannt Komm, 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 komm Komm, Hase Hase, Popase, komm Oh, der ist aber schnell Bleib doch irgendwo hängen Komm Ich komm mal zurück Ich bin auch am Strand, wo die Container sind, bin ich jetzt Ah, da war ich ja fast Ja, aber ich hab jetzt erstmal viel gesammelt jetzt Die Container kann man sich auch auf jeden Fall noch angucken Oh, da läuft, oh cool, da läuft ein, äh Ist da was drin? Ja, ja, da sind, äh, Elektro-Platinen und so ein Kram Da kann man einen Bomben drauf bauen Ah, ja So, ich hab noch einen Baran gehäutet Mhm An unserer Base ist Besuch Gleich zwei Okay, ich komm Oh, die Ausdauer von dem Typ Ja, das ist schlimm Da ist noch, Hase, komm, lauf nicht weg, Hase Das war ich hier, ich hab auch noch ein Hase Wo sind die denn, die zwei? Ach, ne Schildi Ah, Mist Der Hase ist echt, am besten mit Fall und Bogen müssen wir die jagen Ja, da kommen auch noch, da kommt auch noch eine Schildkröte raus Das ist gut, dann können wir ja auch nochmal Also Fleisch haben wir echt genug, wir müssen echt mehr Wasser behälter, aber da muss auch mal regnen dafür, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir das Flugzeug wieder finden, da war ja dieser kleine Teich, das war dort dringend, genau Guck mal da am Strand Wo? Ah, da Ja, wo dieser Aussichtspunkt ist Ja, wo dieser Aussichtspunkt ist Okay, ja, die können wir uns nachher holen Ich stell jetzt mal hier nochmal Wasserbehälter hin Aber Wasser ist hier echt ein Problem So, und dann holen wir uns die Und dann müssen wir diesen Aussichtspunkt mal kaputt machen Ja, jetzt guckt ihr noch, ne? Was willst du machen, den kaputt hat? Ja, nicht, dass ihr da noch spawnt Boah Kann man den kaputt machen, Null? Aber man kann hochklettern Oh, guck, das Körbchen rollt Ich klette mal hoch Guck mal, da liegt Jetzt kann man sich hier angucken Hallo, Niki Hallo War sehr hoch Man kann sogar ins Meer reingucken, da ist auch ein Container im Wasser Mhm Kann man eigentlich eine Brücke zu der Insel darüber bauen? Ich glaub, man kann auch Stege bauen, ja? Mhm Aber da muss man echt, glaub ich, viel Holz nach hier transportieren, ne? Das wär... Jetzt baue ich das Feuerzeug gar nicht mehr Ich hab die ganze Zeit Guck mal, hier sind... Oh, jetzt hab ich... Ach, hier sind Möwen Egal, ich hab jetzt erstmal diesen Typen hier Ich auch So, den können wir eigentlich So, die gegessen hab ich Feuer machen wir auch jetzt Und dann müssten die eigentlich brennen, ne? So Aber die brennen Doch, die brennen Jawoll Wir haben Feuer gemacht Okay, da lag noch hinten eine Schildkröte, glaub ich, ne? Dann haben wir nämlich einen... Dann haben wir nämlich eigentlich genug Wasserbehälter Ja, aber jetzt bräuchte man wirklich mal Regen Hast du noch eine Dose zum Trinken, oder? Keine? Ich hab... Ich hab zwei getrunken Und ich müsste eigentlich noch zwei haben Ich hab noch zwei Oh, das er immer wieder in den Möwenkopf aufhebt Ich hab einen Schädel und einen Kannibalenkopf Wir können uns auch so Dinger mal bauen, hier, ähm, im Knochenlager Hinten spreche ich hier neben Da brauchen wir aber 21 kleine Stöcker Was ist denn mit denen los? So, was hab ich noch an, 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 an Getränken? Ich hab noch... Also wenn du noch eine Dose brauchst Ich hätte noch eine Auf jeden Fall zwei Ja, ist... Erstmal ist noch okay Okay Sieht ganz gut aus So, ich baue mir jetzt... Was ist... Ich baue mir jetzt auf jeden Fall mal eine, eine Steinachst Das macht echt Spaß Ja, das mach ich auch gleich Ich will jetzt mal... So, dann machen wir Seile Oh! Diesen Behälter da bauen So, dann haben wir nochmal ein Seil Das, das Und dann haben wir eine Steinachst Ja, das baut doch das gar nicht hier Was baut nix? Na hier, das macht zwar die Geräusche, dass es baut Ich hab auch Stöcke Ja, manchmal sieht man das nicht, dass das gebaut wird Aber den Teich müssten wir eigentlich auch schnell wiederfinden, weil das war ja eigentlich nur den Berg hoch hier, ne? Eigentlich ja So, hier liegt auch noch eine Baumstimme, die nehmen wir auch mal mit Da ist ein Reh Das versuche ich zu holen